So, müssen wir einkaufen. Hm... Ich glaube jetzt die größeren. Hot of Life habe ich noch genug. Bombe habe ich auch. Äh... Mal die größeren. So, 5 Stück. Mal Hot of Life noch eins holen. Das sollte reichen. Ready. Bist du sicher? Ja. So... Da kommen Krapchen dran. Sie sind bestimmt gegen Elektrizität nicht gefeilt. Ähm... I haven't escaped. Holy Power. So. Äh... Sie macht... Äh... Ja, das ist ja die Pitcho. Eigentlich. Wie ihr ihn kennt. Und... Wer uns? Ja, das macht Gutschein. Sie versagen. Ähm... ... Da-na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na. Und hier haue ich einen Jugment rein. Oder auf jeden. Jugment. Daaaas. Und halte es schon selbst. Super. Ach, der verkriegt sich schon. Ah, was gibt es denn jetzt? In der Tramp. Okay, das halte anscheinend... ...maximal liebste hier. Ich glaube, ich verlasse. Mein erster Gehirn, ich glaube, er wird jetzt nicht mehr beeinflusst. Bounce. Das müsste aber eigentlich von der Elektrizität ja nicht falsch sein, wenn er sich einen Schiff verkriegt. Das war's für ihn. Ja. Ja. Ah, jetzt kommen schon... So viele. So. Jetzt kommt der True. Erst 2. Bounce. Bounce. Oh, ne-oh, 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 ne-oh. Weizu dann nach depp- ruts. Mach ich's klar mit Yeoh. So. Nein bin und in farbe h wo er macht parrot und die Angeberstweih ich mag den Angriff sehr was wir hätten das gleiche ist für die die Paketen gut heißen M n M n m und er gibt Kugel sicher Ja, Elmai haben schon mal einen R-Streck auf den, der sich jetzt eingegroht hat. So. Stirb. Bounce. Ich muss immer noch gut schauen. P2. Klairs. Ach, schade. Jetzt kommt er raus. Und nichts. Okay. Ich greife jetzt einfach mal nur mal einen. Dounce. Nein. Ja, sie macht's. Schon hier im Moor. Zwar noch gut geblieben sind hier, aber sicher schicher. Was? Na genau. Na genau. Na genau. Na no. Na na. Träffte erinnern. Das war's. Jetzt machen wir ein bisschen Zauber auf den kleinen. Braucht eigentlich mehr, Sunderbolt braucht nicht so viel wie den Pichon. Bärung. das hat ja auch gereicht na 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 Ah! Einige Pokémon-Friends werden niemand kennen Ich weiß nur, dass es hinter MW gibt's Spremer da mit Mishmagic Poe runter in den setze ich Feuer ein Der sieht danach zumindest aus Hab ich einen, der Feuer macht? Nö Feuer, boah, mal gucken Joa, das macht Gutschaden Und macht der Gutschaden? Joa Er wechselt die Waffe und die Pferno Und jetzt klingelt's hier Das ist total unerschön Ich kann grad nicht Mal gucken Wir machen mal ne kurze Pause jetzt klingelt's und die Fremd und die Fremd werden wenn wir in der Zeit können nicht probieren Es gibt ein